Heute für euch im Test der Dicke Brummer von Veko Feuerwerk. Drei Stück sind in der kleinen Packung hier enthalten. Es handelt sich hierbei wieder um ein ganz jahres Feuerwerksartikel der Klasse 1. So, und da ist sie auch schon, der Dicke Brummer. Ja, viel schnacken können wir darüber jetzt nicht, wir zünden das gleich einfach mal an. Ah, dieser Brunner ist top da. Yo, wie du... ... 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